Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier in diesem Video geht es wieder mal um einige Zuschauerfragen und zwar zum Thema Verbinden von metallischen Rohren in der Wasserinstallation. Hierzu habe ich ja schon einige Videos gemacht, zum Beispiel auch zum Verlöten hier von solchen Kupferrohren. Hierzu erhalte ich dann immer wieder Fragen. Mag gibt es nicht ein einfacheres System, um solche Rohre zu verbinden? Kupferrohre, Edelstahlrohre, Messingrohre oder was es da alles so gibt? Und hier wurde mir dann auch von euch Zuschauern oftmals vorgeschlagen, Marc, stell doch mal eine Verpressvariante vor. Ja, das Verpressen von Rohren geht auch. Allerdings benötigt man hier wieder kostspieliges Werkzeug und das ist auch nicht ganz so einfach umzusetzen. Hier kann man auch viele Fehler machen. Meiner Meinung nach ist das Verpressen auch nicht so für den Heimwerker geeignet. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem anderen System und bin dann auch fündig geworden und zwar bei dem System E-Tab Fit, bei dem Steckverbindersystem. Ich zeige es euch hier einfach mal. So schnell könnt ihr hiermit ein metallisches Rohr, wie zum Beispiel dieses Kupferrohr, verbinden und dann dem entsprechend verlängern. Wie genau dieses System funktioniert, möchte ich mir hier mit euch in diesem Video anschauen. Übrigens, dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Dekuro. Um uns das System hier etwas näher anzuschauen, habe ich hier mal einige Fittinge dieses Systems hier auf den Tisch gelegt. Es gibt hier verschiedene Größen. Ich habe mich hier für das System 15 Millimeter entschieden, weil ich hier 15 Millimeter Kupferrohr verlängern möchte. Es gibt sie natürlich aber auch in anderen Größen. Die hier verwendeten Fittinge sind DVGW geprüft und dementsprechend auch für Trinkwasser- und Heizungsanlagen zugelassen. Die so erstellten Verbindungen halten einen Druck von ca. 25 Bar aus. Bei einer Raumtemperatur von ca. 25 Grad Celsius erhöht sich hier die Leitungstemperatur auf 90 Grad, halten unsere Fittinge immer noch 10 Bar Druck aus. Des Weiteren kann das System bei einer Betriebstemperatur von minus 20 Grad bis plus 130 Grad verwendet werden. Das heißt, das System ist für alle Anwendungen im normalen Heizungsbau und in der Leitungsinstallation im Trinkwasserbau verwendbar. Bevor ich allerdings jetzt hier mit der Installation beginne, noch ein wichtiger Hinweis. Arbeiten an Trinkwasserleitungen sowie an Heizungsanlagen sollten nur von autorisierten Fachpersonal ausgeführt werden. Des Weiteren sollte man natürlich nach erfolgreicher Installation eine Druckprobe nach DIN 4279 durchführen und diese auch ordnungsgemäß dokumentieren. Aber kommen wir wieder zurück zu unserem ETAB-FIT-System. Ihr habt ja am Anfang des Videos gesehen, wie ich hier diese Verbindung so schnell aufgebracht habe. Ein besonderer Vorteil dieses Systems, der mir besonders gut gefällt. Ihr wisst es ja zum Beispiel, wenn ihr lötet oder verpresst. Wir können diese Verbindung nicht mehr lösen. Hier dieses System ist natürlich lösbar. Hierfür verwenden wir am besten dieses kleine Werkzeug, was es natürlich auch vom Hersteller gibt. Geben dieses hier einfach auf, schieben dieses an unseren Fitting heran und ziehen ihn so einfach ab. Somit können wir den Fitting wiederverwenden. Ich empfehle euch allerdings, wenn ihr jetzt hier dieses Rohr wiederverwendet, eventuell hier das vordere Stück abzuschneiden. Denn ihr seht, durch die Krallen, die hier drin verbaut sind, gibt es Abdrücke in dem Rohr. Und das kann später zu Undichtigkeiten führen. Also schneidet hier das vordere Stück des Rohres, wenn möglich, ab. Kommen wir aber nun zum Anwendungsfall. Ich habe hier einfach mal eine kleine Situation aufgebaut. Ihr seht, es liegen hier sehr viele Fittinge und ein Wasserhahn und auch hier ein Rohr auf meinem Tisch. Ich möchte folgende Situation simulieren. Wir haben hier zum Beispiel eine Wand. Hier haben wir schon ein kommendes Rohr. Dieses ist wahrscheinlich schon installiert gewesen. Ihr habt hier was abgeschnitten oder das befindet sich so halt in eurer Wand. Und hier möchtet ihr eventuell einen Wasserhahn anschließen, vielleicht eine Waschmaschine anschließen oder irgendwelche anderen Anschlüsse hier setzen. Und das möchte ich einfach mal simulieren und möchte mit euch einfach mal testen, wie schnell dieses System aufgebaut ist. Wir beginnen hier mit unserem Rohr, was hier aus der Wand kommt. Dieses ist jetzt hier einfach schon abgelenkt. Ich kann es jetzt hier einfach auch ein bisschen zurückschieben. Ihr schneidet das Rohr euch passend. Und ich beginne jetzt hier einfach mit diesem 90 Grad Winkel. Wir sehen, wir haben hier auch diese beiden Schnellverbinder verbaut und können diesen ganz einfach aufbringen. Bevor wir nun hier unser Rohr einbringen, noch ein wichtiger Tipp. Es gibt noch vom Hersteller dieses Werkzeug. Wir entnehmen das einfach mal hier aus der Schachtel. Mit diesem Werkzeug könnt ihr die Einstecktiefe des Rohres ermitteln. Dieses Werkzeug stellt sicher, dass ihr die Rohre immer tief genug in euren Fitting einsteckt, sodass auch wirklich eine dichte Verbindung entsteht. Wie gehen wir hier vor? Wir nehmen zum Beispiel hier unser abgeschnittenes Rohr, stecken dieses hier in das Werkzeug, in dieses Messwerkzeug ein, suchen also dementsprechend unsere Größe, 15 mm, bringen es hier ein. Und nun sehen wir, wie tief dieses Rohr hier eingesteckt wird. Jetzt nehmen wir uns einfach hier einen Pleistift, markieren uns die Einstecktiefe und können nun so sicherstellen, dass unsere Verbindung immer ordnungsgemäß ausgeführt wird. Das heißt, wir stecken nun einfach hier einen Fitting auf und erst wenn hier unser Bleistiftstrich überdeckt ist, ist dieser Fitting auch ordnungsgemäß aufgesteckt, sodass hier eine saubere Verbindung entsteht. Auf dieselbe Art und Weise können wir natürlich auch hier unsere Rohrabstände ermitteln, denn hier durch das Werkstück wissen wir auch, wie lang unsere Rohre hier überstehen müssen. Das heißt, ich zeige es euch einfach mal. Ich möchte jetzt hier mir zum Beispiel mein erstes Rohr schneiden und dieses muss jetzt hier zwischen diese beiden Fittinge installiert werden. Hierfür legen wir einfach unsere beiden Fittinge auf Position, messen den Abstand zwischen diesen. Das wären hier in meinem Fall circa 10 cm. Und jetzt können wir hier mit diesem Werkstück natürlich noch unsere Länge ermitteln, die wir hier zugeben müssen. Ich markiere das einfach mal hier auf dem Rohr. Das wären jetzt hier bei meinem 15 mm starken Rohren circa 35 mm. Hier geben wir unsere 10 cm hinzu und nochmal weitere 35 mm. Schneiden uns nun das Rohr mit einem geeigneten Werkzeug zu, entgraten die Schnittstelle und können das Rohr nun eigentlich schon so verwenden. Das Rohr sollte an beiden Enden sauber sein. Es muss allerdings nicht so sauber sein, wie es zum Beispiel beim Löten erforderlich ist. Es sollte halt nur Plank sein. Wenn ihr hier größere Oxidbildung auf dem Rohr seht oder irgendwelche größeren Verschmutzungen, so entfernt diese einfach mit einem Vlies. Aber mein Rohr ist so schon einsatzbereit. Und jetzt können wir es auch einfach hier mit den Steckverbindern einfach verbinden, indem wir es zusammenstecken. Wir sehen hier noch unseren Bleistufstrich bei 35 mm. Der wurde hier überdeckt. Dann kommen wir hier zu unserem T-Stück. Ich möchte ja dann hier weitergehen und einen Wasserhahn anschließen. Also stecken wir das auch zusammen. Ihr seht auch, man kann auch hier im Nachhinein noch die Position der Fittinge ändern. Das ist auch ein ganz großer Vorteil, wenn man nämlich jetzt zum Beispiel diese Fittinge falsch zusammengesteckt hat. Ich möchte ja hier auf dieses Rohr gehen. Und wenn ich jetzt hier den Fitting quasi wie hier falsch zusammengesteckt habe, drehe ich ihn einfach nach unten und kann so weiterarbeiten. Nun kann ich hier den Fitting auch aufbringen und habe somit meine erste Verbindung erstellt. Ihr seht, das geht kinderleicht. Und wie gesagt, haben wir jetzt hier einen Fehler gemacht. Können wir auch hier die Verbindung einfach mit unserem Werkzeug wieder lösen. Jetzt möchte ich hier einen Wasserhahn installieren. Des Weiteren dann hier eventuell noch ein Barometer, um den Druck zu ermitteln. Und hier hinten möchte ich für die Zukunft eventuell noch einen weiteren Anschluss freilassen. Hierfür habe ich einfach eine Endkabel. Diese gibt es auch im Lieferumfang. Und kann somit dann auch meine Rohre hier hinten verschließen. Diese kann ich dann natürlich auch wieder lösen und kann hier mein System weiterbauen. Jetzt möchte ich einfach mal dieses System aufbauen. Mal schauen, wie schnell das funktioniert. Und ihr seht, das ging wirklich flott. Ich habe das Video zwar etwas beschleunigt, aber ich hatte euch ja die Zeit unten eingeblendet. Jetzt kommen wir nur noch zur restlichen Installation. Das heißt, ich möchte hier noch meinen Barometer aufbringen, um meine Anlage dann nochmal zu testen. Und hier diesen Wasserhahn einbringen. Dafür haben wir ja viele Adapter hier in diesem System. Das heißt, wir haben Adapter mit Außengewinden, mit Innengewinden, dann auf die verschiedenen Zollgrößen. Ich habe mich hier für halb Zoll entschieden, weil ich hier diesen Wasserhahn und wie gesagt diese Uhr anbringen möchte. Jetzt bringe ich hier diesen Wasserhahn wie gewohnt an. Hierfür benötigen wir auch kein spezielles Zubehör. Wir hamfen hier unseren Wasserhahn ein, bringen hier Teflonband auf oder eventuell auch eine Dichtschnur und können diesen dann einfach hier einschrauben. Das mache ich jetzt hier einfach mal ganz schnell. So, ich habe jetzt einfach hier meine beiden Verbindungsstellen mit Teflonband abgedichtet. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr mit Teflonband arbeitet, hierzu habe ich auch schon ein Video gemacht. Dieses findet ihr, wenn ihr oben rechts auf das i klickt. Um nun hier meinen Hahn einzuschrauben, werde ich hier nochmal meine Konstruktion etwas am Boden befestigen. Wir haben ja hier einen Adapter, den wir auch an die Wand anschrauben können. Das erleichtert uns natürlich das Einschrauben unserer Verbindung. So, und um nun unsere Anlage auch nochmal etwas zu testen oder abzudrücken, habe ich mir hier auch etwas Schönes gebastelt. Ein Anschluss zu meinem Druckluftsystem hier in meiner Werkstatt und dank des Schnellverbindungssystems, hier können wir dieses auch ohne Probleme hier mit dem Kupferrohr verbinden. Hier bringe ich nun meinen Druckluftschlauch ein. So, jetzt testen wir mal unsere Anlage. Ich habe leider nur eine Messuhr, die bis 4 Bar geht, also werde ich auch die Anlage hier nur mit ca. 4 Bar abdrücken. Das heißt, wir bringen jetzt hier 4 Bar Druckluft ein und lassen das mal einige Zeit stehen. So, wir sind jetzt etwas über 4 Bar, ich schätze mal bei 4,3 bis 4,5 Bar. Wir bringen hier unseren roten Zeiger deckungsgleich und lassen jetzt einfach mal die Anlage so über Nacht stehen. So, und jetzt schauen wir uns unser Ergebnis nach ca. 11 bis 12 Stunden an. Wir sehen, der Druck ist im Großen und Ganzen uns noch erhalten geblieben. Diese kleinen Schwankungen können auch an der Temperatur hier drin liegen, denn es ist jetzt doch deutlich kälter als gestern Abend. Und wir schauen einfach mal, ob auch wirklich noch Druck im System ist, indem wir hier einfach mal den Hahn vorsichtig öffnen. Und somit haben wir den Druck aus dem System entlassen. Und wir haben somit unser System erfolgreich getestet. Es hat hier die 11 Stunden den Druck gehalten. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an Tecuro für das Zurverfügungstellen des Systems Itapfit, sodass ich es euch hier zeigen konnte. Link zu allen verwendeten Materialien natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen? So klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.